Willkommen zurück zu einer neuen krassen Folge The First Descendant Part 2. Die Aufnahmen werden jetzt länger, wundert euch nicht. Obwohl, ihr könnt euch wundern, wenn ihr wollt. Mir ist es absolut egal. What the fuck ist das? Achso, und schreibt mal in die Kommentare, welche von diesen Firmen ihr kennt und ob die mehrere Spiele haben, weil ich weiß jetzt nur noch, dass es wie Destiny aufgebaut ist und ich weiß, ich weiß, ich habe jetzt hier gestartet, wo das Spiel natürlich die schlimmeren Sachen hat. Und zwar den Ruckel im Menü. Oh. Heute mal kein so starker Ruckler. Was ist das denn jetzt? Was? Start Game. Ich spiele Ajax. Start Game. Bin ich jetzt weggedrückt, aus der Zinsen so richtig einmal nach links, einmal nach rechts, einmal hoch und runter. Cheatske, wisst ihr? GTA 5. Achso, nach Uncharted habe ich mal überlegt, ob ich dieses Jahr im November oder wahrscheinlich im Herbst mal gucken, ob ich nach Uncharted die Baupock habe, GTA 5 zu spielen. Um mit euch das zu let's playen. Nur die Story. Online interessiert mich einen feuchten Scheiß. Ich hasse Online GTA 5 zu zocken. Aber naja. Ist ja auch klar, wer nicht. Jetzt mal so einen schönen Eistee von Mai, von Eistee Pfirsich, Alter. Ich trinke zwar auch gerne Eistee Zitrone. Schreibt mir mal in die Kommentare, welcher Eistee-Geschmack der beste ist. Außer von Dirty, deren Eistee ist komisch. Der Geschmack ist echt komisch. So, wir machen weiter im Fat-Person-Shooter. Meiner Meinung nach sogar ein richtig geiler Fat-Person-Shooter. So. Kontakt, Major. Oh, ich lieb das, dass man die überspringen kann. Mann! Das ganze Spiel ist plötzlich gesendet. Oh mein Gott. Alter. Das sind zwei Bosse übrigens. Ja. Ich gehe erstmal ein bisschen Richtung Story. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das ganze Spiel plötzlich auf Englisch ist. Letzte Folge war noch auf Deutsch. Geil. Plötzlich alles auf Englisch. Also übrigens, wenn ich eine Folge beende und das Spiel mit beende, da habe ich ein paar Probleme und zwar muss ich das ganze Spiel, also da, wo ich weitergespielt habe, nochmal einen kompletten Weg von vorne laufen wahrscheinlich. Das ist aber mir auch egal. Hauptsache, wir haben eine gute, witzige Aufnahme. Und es ist mir auch egal, ob das Spiel jetzt auf ganz Englisch ist oder nicht. Kingston. Ich möchte aber gerne wissen, was die Geschichte hinter The First Descendant ist. Das Spiel hat sogar einen finalen Boss und den haben wir ja alle schon gesehen. Das ist der Typ, der uns vor unseren Augen das Iron Heard zerstört hat. Hier wird der schon rumgeballert, Alter. Black Screen. Ach Mann. Ja, ich spiele das ganze Spiel hier im Solo durch. Ich hasse es nämlich in der Story gemeinsam mit anderen Leuten zu zocken, also ja. Das ist das, was die Geschichte hinter dem Motivation ist. Ich bin Markus von der Investigative Corps. Ich werde mal kurz was gucken wollen, finde ich, dass das hier irgendwie komisch gerade ist. Ich sehe das Spiel jetzt komplett auf englisch, vorher war es noch deutsch. Das ist das, was ich in der Open Beta gezockt habe. Ich skipp das einfach mal. Wie findet ihr eigentlich das Spiel? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich will es gerne mal interessieren, ob ihr das Spiel auch geil findet oder nicht. Ein bisschen ruckler. Ja. 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 Ich bin Arche. Ich bin Arche. Ein Descendant ist gekommen. Ich bin Arche. Ein perfektion für Lord Karel. Das ist Commander Kreg. Deploy den Assault-Ship. Eliminate den Descendant. Ich bin Arche. Tja. Das Spiel ist n bisschen. Kann ich auf die Callen? All networks within Kings, they're not currently down. The emergency communicator has also been taken out. This is the first time they've launched such a large scale attack. So you so love it, boy. You must react with the communications leader and secure the emergency communicator in force too late. Wait. Wait. Quests. Was? Social. So. Weis, grün, rot, rot. Hier ist alles rot. Jetzt habe ich nicht weiß, wie das geht, Albert. Ich frage mich schon wer, ob es mich einschießt. Hier autos. In order to reach the communications leader, we need to secure this base first. They'll be attacking from all sides using their assault ship and transmission devices. Okay. What's going on? Kingston's being invaded? You're here, buddy. Good. Kingston's entire network has been knocked out by the Volga's attack. What? How are we going to communicate? You guys can't use these Zs. We can manage short distance communications, but not lost distance. We need the emergency communicator back online. Ah, that's why HQ has been so quiet. I'll check on the other outposts. Where am I going? It goes to the base in theater rooms. No. You got it. Headed there now. Manometer, how many of you have it? Oh, it's pretty loud. Atemnot. Atemnot durch die Nacht, wenn noch mehr von denen erwacht. Atemnot durch den Schacht, wenn so viele aufbauen. Oh, ich wach. Atemnot. 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 Okay. Atemnot. Atemnot. ich bin heftig auf den deckel legt ne waffe eine pistole alter das war jetzt der komplett falsche knopf würde mal sagen ich habe dreimal pistole die macht 30 also macht die so viel damage das ist doch noch eine pistole keine pistole so viel damage machen mal irgendwann muss ich mich ja dran gewöhnen war zwar schon oben aber okay protect the repeater until it's fully reactivated den fucking tank Ich wurde eingekreift. Oh. Enemy commander Spartan. We take him out. The rest pick him up and retreat. I will kill you. 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 Was ist das? Danke, erstmal, ach, ich krieg schon wieder den Fall, den Knopf, das gibt's doch nicht. So, das ist das hier, ne? 84 27 27 Irgendwie noch... Verdrahten, ich hab mir was ganz anderes angeguckt. Das ist wohl für die Person die auch ganz geil. Hier muss ich hin. Oh, ich habe fast das letzte Mal verloren. Okay, Descendant, du solltest mit Bunny in der Theater Outpost sein. Ich werde eine SIT-Reppe zu HQ mit der Emergency-Communikator. Wait, die Fokus-Signal sind spiken! What the hell?! Du bist näher, Descendant. Aber mein Arbeit hier ist bereits complete. All forces, Extract the Ancestor's data, Transfer it to my command center. I will personally deliver it to Lord Carell. No. The Volga-Signals are coming from the Matterster Lab. Isn't that HQ's target? Oh, this isn't good. We need to report this to Alpha immediately. Okay. Geh mal runter. Alle! Ich bin Alter! Ich bin Alter! Geh mal runter. Ich bin Alter! Ich bin Alter! vergessen? Oh man. Da liegt ja so klar. Kannst du, glaub ich, er macht das eine mit Absicht? Wird ja sowas von vergessen? Degas ist doch alles mit Absicht! Boah, Alter, wie viel von er gibt es? Neuer Sniper! Wieder ein neuer Sniper! Vier Minuten muss ich jetzt hier durchhalten. Greift mich jetzt aber nicht an, während ich hier gucke. Ihr Ottos. Ah, du Scheiße! Nein, stopp! Nein, stopp! Wir haben eine Sint-Rap von Kingstown. Wie ist das denn? Meine Stab immer denken, dass das alles ein Coincid ist? Was genau das bedeutet, Alpha? Es geht nach links, als der Guide in Kingstown gekommen ist. Und nicht nur das, aber es scheint die Vulkas sind nach dem gleichen Target wie wir. Alpha, das ist wahrscheinlich weil der Krieg hat das Iron Hearth. Ich glaube, es hat nichts zu tun mit der Guide. Wir haben Antworten, als wir die Ancestors versuchen. Es ist zu lange für das. Die Vulkas haben die Ancestors umgebracht. Nachrichten! Wir brauchen Sie zurück zum Rettungs DVB. Nachrichten. H.Q. wird in der Moment zu den Zeitungen ver acknowledgementen. Über und weiter. Talk to Banner Bunny on the Autobot. Immer noch Kingston? Ja, immer noch Kingston. Ist das denn gespeichert? Kann ich kurz zurück zum Dings? Move to Albion. Ja. Ab nach Albion. Kurz mit unserem guten Freund reden. Ja. Wir haben hier nebenbei sehr viele Fragen, alter. Ob das Spiel gut oder scheiße ist. Ich hab's keine Ahnung, Mann. Ja. Ich hab's keine Ahnung. Auto-Posten, Alter. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.